Die Wortverbindungen Ur- und Frühgeschichte, Vor- und Frühgeschichte sowie Prähistorische Archäologie werden häufig synonym verwendet und bezeichnen eine archäologische Disziplin, die Urgeschichte und Frühgeschichte gleichermaßen umfasst und sich als ein Zweig der Geschichtswissenschaft versteht, der sich der Kulturentwicklung des Menschen von ihren Anfängen anwidmet. Urgeschichte oder Vorgeschichte Die akademischen Forschungsstätten benutzen beide Begriffe gleichrangig. An den Universitäten wird das Fach als Prähistorische Archäologie, Ur- und Frühgeschichte oder Vor- und Frühgeschichte bezeichnet. Wie auch die Liste der Seminare und Institute zeigt, überwiegt dabei der Begriff Urgeschichte den Begriff Vorgeschichte im Verhältnis von etwa 2. 1. Mit der Verwendung des Begriffs Urgeschichte wird betont, dass der untersuchte Zeitraum als Teil der Geschichte gesehen wird. Demgegenüber wird im Begriff Vorgeschichte die Ungeschriebene der geschriebenen Geschichte gegenübergestellt. Er forscht der Zeitraum. Der älteste Abschnitt der Urgeschichte, die Altsteinzeit, wird in Alt-Paleolithicum, Mitte-Paleolithicum und Jung-Paleolithicum untergliedert. In Europa schließt sich an das Jung-Paleolithicum nach der kurzen Übergangsphase der Mittelsteinzeit die Jungsteinzeit an. Es folgen regional begrenzt die Kupfer- und durchgehend die Bronzezeit, dann die Vorrömische Eisenzeit. Mit dem Einsetzen der ersten Schriftzeugnisse in Mitteleuropa im 1. Jahrtausend n. Chr. Die ergänzend zu den archäologischen Quellen herangezogen werden, beginnt die Mitteleuropäische Frühgeschichte, die in römische Kaiserzeit, Völkerwanderungszeit und frühes Mittelalter untergliedert wird. Die Nordeuropäische Frühgeschichte unterteilt ihr Frühmittelalter in die Wendelzeit und die Wikingerzeit. Die nachfolgenden europäischen Zeitabschnitte deckt die Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit ab. Hauptartikel Hauptartikel Gegenstand der Forschung Gegenstand der Erforschung sind im Gegensatz zu den anderen historischen Disziplinen gegenständliche Quellen in ihrem jeweiligen Zusammenhang, wie Z, B, Bodendenkmale wie Siedlungen, Grabhügel, Burkanlagen. Diese werden durch Ausgrabungen, Prospektionen und Zufallsfunde entdeckt, zugänglich gemacht und mit Hilfeformen kundlich typologischer, historischer und sozialgeschichtlicher sowie naturwissenschaftlicher, statistischer sowie geoinformationssystem gestützter Analysemethoden untersucht. Erkenntnispotenzial Ihr besonderes Erkenntnispotenzial im Konzert der historischen und kulturwissenschaftlichen Disziplinen liegt in zwei Eigenheiten. Die enorm große untersuchte Zeitspanne, von den Anfängen der Menschheitsgeschichte bis in die Neuzeit. Dies ermöglicht in besonderer Weise epochenübergreifende Vergleiche und die parallele Beobachtung langfristiger Trends und kurzfristiger Ereignisse. Diese Zeittiefe und die Weite der betreuten Räume ermöglichen die Beobachtungen ungemein vieler und sehr unterschiedlicher menschlicher Kulturen. Abgrenzung zu den anderen archäologischen Fächern Die Ur- und Frühgeschichte unterscheidet sich von den archäologischen Fächern wie der Ägyptologie, die zugleich ein philologisches Fach ist, der vorderasiatischen Archäologie, die die mesopotamischen, kleinasiatischen, levantinischen, eanischen und angrenzenden Hochkulturen erforscht. Der klassischen Archäologie, die sich mit den antiken Epochen der griechischen und römischen Kultur befasst. Der provinzialrömischen Archäologie, die sich der materiellen Kultur der Römer in den Provinzen des Imperium Romanum widmet. Und der christlichen Archäologie, die vorrangig die Denkmäler des christlichen römisch-byzantinischen Reiches behandelt. Einen Grenzfall stellt die Mittelalterarchäologie bzw. Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit dar, die stellenweise als eigenständige Disziplin existiert, stellenweise von Vertretern der Ur- und Frühgeschichte mitbehandelt wird. Als Frühgeschichte bezieht sie zu den archäologischen Methoden in wesentlich stärkerem Maße die Parallelüberlieferung schriftlicher und bildlicher Quellen mit ein. Auch in der Kältologie, der Sinologie, der Kriminalistik und der Altamerikanistik werden zum Teil archäologische Methoden angewendet. Berufsbild Nach einem abgeschlossenen Studium der Ur- und Frühgeschichte bilden vor allem die archäologische Denkmalpflege an den Landesdenkmalämtern sowie Museen, Universitäten und private Grabungsfirmen Tätigkeitsfelder. Daneben werden Archäologen auch als Fachjournalisten bei Verlagen und in verschiedenen Bereichen im Kultursektor beschäftigt. Seminare und Institute In Deutschland gibt es gegenwärtig 24 Institute oder Seminare der Fachrichtung Ur- und Frühgeschichte. Davon tragen 15 in ihrem Namen den Begriff Ur- und Frühgeschichte, 8 den Begriff Vor- und Frühgeschichte bzw. Vorgeschichte und eines den Begriff Prähistorische Archäologie. Professor für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie am Institut für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften der Otto Friedrich-Universität Bamberg. Institut für Prähistorische Archäologie im Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin. Fach Ur- und Frühgeschichte am Institut für Archäologische Wissenschaften der Fakultät für Geschichtswissenschaften der Ruhr-Universität Bochum. Institut für Kunstgeschichte und Archäologie Abteilung Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Erlangen-Nürnberg. Abteilung 3 des Instituts für Archäologische Wissenschaften. Vor- und Frühgeschichte des Fachbereichs 09 Sprach- und Kulturwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Georg-August-Universität Göttingen. Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte des Historischen Instituts der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Institut für Kunstgeschichte und Archäologie in Europas Philosophische Fakultät i Sozialwissenschaften und Historische Kulturwissenschaften der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg. Abteilung i Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie des Archäologischen Instituts der Universität Hamburg. Institut für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie der Universität Heidelberg. Bereich Ur- und Frühgeschichte der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln. Professor für Ur- und Frühgeschichte mit Sammlung für Ur- und Frühgeschichte des Historischen Seminars der Universität Leipzig. Institut für Vor- und Frühgeschichte der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Vorgeschichtliches Seminar im Fachbereich Geschichte und Kulturwissenschaften der Philips-Universität Marburg. Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie des Historischen Seminars der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte der Philosophischen Fakultät III der Universität Regensburg. Fachrichtung 3,7. Vor- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie der Universität des Saarlandes Saarbrücken. Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters der Eberhard-Karls-Universität Tübingen mit den Abteilungen Ältere Urgeschichte und Quartere Ökologie. Der Abteilung Jüngere Urgeschichte und Frühgeschichte und der Abteilung Archäologie des Mittelalters. Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie des Instituts für Altertumswissenschaften der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. 2011 wurde der 1902 gegründete älteste Lehrstuhl dieses Faches, der Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin aufgelöst. Österreich Ur- und Frühgeschichte am Institut für Archäologien der Leopold-Frenzens-Universität Innsbruck. Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien. Schweiz Seminar für Ur- und Frühgeschichte Universität Basel. Institut für Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie Universität Basel. Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie der Römischen Provinzen Universität Bern. Fachbereich Prähistorische Archäologie Institut für Archäologie Universität Zürich. Siehe auch Portal Ur- und Frühgeschichte Übersicht zu Wikipedia Inhalten zum Thema Ur- und Frühgeschichte Ur- und Frühgeschichtliche Terminologie und Systematik Geschichte Europas.